«How to build an Online-Shop 101» Wenn die Post etwas sagt, dann gescheuert erbefolgt. Jetzt kommen wir rein. Merch, Benz. Jetzt sind wir drin. Sven. Wir sind ja hier im Kanton St. Gallen. St. Gallen hat gefühlt alle drei Wochen einen Feiertag. Und wie man das gehört für einen Feiertag, hat am Feiertag natürlich auch die Post zu. Das solltest du als St. Gallen natürlich auch wissen. Meinst du dich erinnern, dass wir einmal viele Päckchen hatten und ein wenig spät gemerkt haben, dass die Post zu hat? Wir haben hier angefangen mit den ersten Ads zu testen. Hier steht. Und dann hat es über ein Wochenende, keine Ahnung, vielleicht 20 Bestellungen oder so gegeben. Highlife. Bude brennt du. Auf jeden Fall haben wir den ganzen Tag gepackt. Am Spaten haben wir es so, wenn wir das auf die Post bringen. Dann haben wir gemerkt, dass die Post zu hat. Weil das 1. November war. Und dann haben wir irgendwie ein Büsschen organisiert. Wenn wir diese Päckchen in die Büsschen tun, sind wir nach Bischofzelle in die Post gefahren. Kanton. Thurgau. Thurgau. Feinfurtig. Willkommen in der Schweiz. Sie hatte auch Leute, wo jeder kam. Sie war im Fall mega freundlich. Sie hat uns damals gesagt, dass wir es falsch ankleben. Wir haben immer die Etikette oben aufs Päckchen tun, damit die Post leicht beim Auslieferern oben drauf schauen und es auch richtig hält. Und dann hat sie uns aber gesagt, die Kleber darfst du hier nicht oben drauf tun. Wir müssen es auf der grössten Fläche unten rechts drücken. You live and you learn. Wir haben es nachher noch einmal etwa 5 Monate ignoriert, bis es dann ein Brief von der Post kommt, dass wir es bitte rechts drücken sollen. Tschüss. Tschüss.